Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Wiesbaden für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Wiesbaden an diesem 7. Juli. Ist das Wiesbadener Feuerwerk bald Geschichte? Wiesbadener Gymnasiasten lassen sich typisieren. Und, Einblick in die Ukraine. Das und mehr hören Sie im heutigen Podcast. Licht- und Drohnenshows statt Wiesbadener Silvesterfeuerwerk? In seiner jüngsten Sitzung haben Grüne, SPD, Linke und Volt den Magistrat beauftragt zu prüfen, ob es möglich wäre, das in den kommenden Jahren umzusetzen. Menschen, die keine Böllerei mögen, würden so auch abgeholt. Dazu werde kein Feinstaub und kein Müll verursacht und auch die Tiere würden nicht verschreckt. Die Feuerwerke zu Silvester seien gesundheitsschädlich und schlimm für alle Tiere. Die Opposition will diese Licht- und Drohnenshows jedoch erstmal auf anderen Veranstaltungen testen. Außerdem sei das Feuerwerk Tradition und habe für viele Menschen eine große Bedeutung. Zu bedenken gäbe es außerdem noch die exorbitant hohen Preise für Drohnenshows. Licht- und Lasershows seien insgesamt billiger. Wiesbadener Gymnasiasten haben sich jetzt für eine Stammzellenspende typisieren lassen. Etwa 211. und 12. Klässler der Oranienschule machen bei der Typisierung der DKMS mit. Max, 12. Klässler, sagt, für mich wäre es, falls ich in Frage käme, ein kleiner Eingriff, aber ich könnte vielleicht ein Menschenleben retten. Denn solche Blutstammzellenspenden betreffen Menschen, die unter Blutkrebs leiden. Zur Typisierung brauchen die Oberstufenschüler keine Einverständniserklärung ihrer Eltern, allerdings wäre diese wohl ohnehin kein Problem. Meine Eltern sind selbst registriert, berichtet Loana, die in der Q-Phase ist. Wenn es sonst zu Typisierungsaktionen kommt, dann gibt es oft im Umfeld von Schulgemeinden oder auch Vereinen direkt Betroffene. Das ist bei der Oranienschule nicht der Fall gewesen, weiß Verbindungslehrer Christian Reinsch, der die Aktion mit der SV gemeinsam organisiert hat. Teilnehmen dürften Schülerinnen und Schüler ab 17 Jahren. Ein Itsteiner Bauunternehmer kritisiert die städtischen Ordnungshütter für zu strenge Kontrollen beim Parken. So sei ihm ein Strafzettel zugeflattert, der ihm unterstelle, zur falschen Zeit am falschen Ort geparkt zu haben, was seiner Meinung nach nicht so war, ist er überzeugt. Generelle Ungleichbehandlungen der Handwerker vom Ordnungsamt seien im gesamten Handwerkerkreis bekannt. Das Ordnungsamt selbst weist die Vorwürfe der Hinterhältigkeit zurück, das ist ein durch die Straßenverkehrsordnung festgelegtes Verfahren und den Handwerksbetrieben bekannt. Auch bestehe laut ihnen die Möglichkeit, einen, allerdings kostenpflichtigen, für das gesamte Rhein-Main-Gebiet gültigen Handwerkerparkausweis zu beantragen. Durch den Ausweis es sei für die Ordnungspolizei erkennbar, dass eine Genehmigung vorliege, und es würden keine Verwarnungen ausgestellt. Wir blicken in die Ukraine Präsident Selenskyj sieht in westlichen Waffensystemen schon jetzt eine kraftvolle Verstärkung der ukrainischen Armee im Krieg gegen Russland. Mit treffgenauer Artillerie zerstöre die Ukraine Depots und andere Ziele, die für die Logistik der Russen wichtig seien, sagte Selenskyj in einer Videobotschaft. Das reduziere das Offensivpotenzial der russischen Armee erheblich. Die Verluste der Besatzer würden mit jeder Woche zunehmen, meinte er. Der Donnerstag ist für die Ukraine der 134. Kriegstag seit Beginn der russischen Invasion Ende Februar. Selenskyj warf Russland auch einen Raketenangriff auf die pädagogische Universität der zweitgrößten Stadt Scharke vor. Nur ein Feind von Zivilisation und Menschlichkeit könne Raketen auf eine pädagogische Universität abfeuern. Seit einem Jahr gilt in der EU ein Einwegplastikverbot. Auch Trinkhalme, Luftballonstäbe oder Abatugo-Becher aus Styropor sind seit dem 3. Juli 2021 verboten. Laut Experten bringt das mehrere positive Effekte für die Umwelt mit sich. Denn viele Plastikutensilien wurden durch Produkte aus Naturmaterialien ersetzt. Diese werden seltener in die Meere getragen und sind in der Umwelt abbaubar. Verbraucher sollten jedoch beachten, dass auch Produkte wie beispielsweise Papiertüten nicht nach einmaligem Gebrauch weggeworfen werden sollten. Denn auch wenn sich diese besser zersetzen, werden bei ihrer Produktion viel Energie, Chemikalien und Wasser eingesetzt. Wer Plastikalternativen nutzt oder bereitstellt, sollte sich also auch informieren, wie umweltverträglich diese sind. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf wiesbadener-kurier.de Gude Wiesbaden ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de Redaktion und Produktion die NewsmanagerInnen der VRM Ihr erreicht uns per Mail an audio.vrm.de